Hilfe, das mit den Bestellungen beim Universum, mit dem Manifest hier, das klappt bei mir nicht. Darum geht es jetzt, wie du das ändern kannst. Lass uns mal über Bestellungen beim Universum sprechen und wie du jetzt Bestellungen aufgibst, die auch geliefert werden. Guck mal, jeder von uns ist ja inzwischen normal, dass wir im Internet was bestellen. Du gehst auf irgendeinen Kanal, du suchst da was aus, du legst das in den Warenkorb, dann geht es weiter zur Kasse, dann checkst du nochmal, ist das das, was ich jetzt alles in den Warenkorb gelegt habe, will ich das auch haben. Das ist auch ganz präzise Dinge in den Warenkorb gelegt, nicht einfach nur eine Hose oder ein Kleid, sondern ganz präzise in der Farbe, in der Größe, in dem Style, also whatever. Und dann klickst du auf Senden und dann lehnst du dich zurück und weißt ganz genau, deine Bestellung kommt an, die wird von wem auch immer bearbeitet und das Paket ist unterwegs zu dir. Keine Zweifel. Stichwort Manifestieren. Du hast bestimmt auch schon mal so ein bisschen mitgespielt, dass du im Internet, dass du im Internet, würde ich sagen, dass du losgefahren bist, irgendwo hin, wo du wusstest, Parkplatzprobleme, ist da ein bisschen schwierig. Hey, ich stelle mir mal einen Parkplatz auf Fingerschnipp. Und dann bist du da hingekommen, da war auch ein Parkplatz auf wundersame Art und Weise frei. Oder wenn nicht direkt einer frei war, hast du vielleicht noch ein, zweimal eine Runde gedreht und dann hast du gesehen, ah, da fährt gerade jemand weg und schwupp hast du deinen Parkplatz gehabt, richtig oder falsch. Du bist ja nicht noch mal zurückgefahren. So, und da genau liegt auch das Thema bei der Bestellung beim Universum. Wir geben zum einen Bestellung beim Universum ab, dann ist es am nächsten Tag noch nicht da, dann fangen wir an zu zweifeln und wieder zu revidieren. Also, mangelndes Vertrauen. Wir vertrauen dem Leben, dem Universum nicht, dass es wirklich geliefert wird. Dann kommen natürlich auch noch so Dinge hinzu, die vielleicht ganz tief im Unbewussten in uns verborgen sind. Wir hätten es zwar gerne, aber ich habe es nicht verdient, das. Also, mangelndes Selbstwertgefühl zum Beispiel wird jetzt den Rahmen sprengen, so zu tief in die Tiefe zu gehen. Du weißt, was ich meine. Und wir gehen dann auch schon mal gerne hin, keine Ahnung, wenn wir aus unserer jetzigen Sicht etwas bestellt haben, wo wir sagen, das ist jetzt was ganz Großes, wenn das in Erfüllung geht. Wow. Dann gehen wir schon mal gerne hin, nach zwei Tagen wurde noch nichts geliefert und sagen dann, naja, wenn das nicht geliefert werden kann, dann machen wir noch mal einen Rückstritt und bestellen kleinere Dinge. Ja, also geh noch mal zurück. Beispiel, du hast hier, holen wir mal ein Geldthema. Du würdest gerne jeden Monat 10.000 Euro in dein Leben einladen. Nach zwei Tagen ist noch nichts da. Und dann gehst du hin und denkst, naja, wenn es ja nur 5.000 jeden Monat wäre, wären ja auch schon schön. Dann sind die nach zwei Tagen auch noch nicht da. Und dann denkst du, nein, wenn es ja nur, ich kürze es jetzt mal ab, 1.000 Euro im Monat mehr wären, wäre auch schon mal cool. Ja, und so gehen wir immer niedriger und weiter runter mit den Dingen, die wir ja eigentlich gerne hätten. Erzählen uns vielleicht unbewusst sogar noch die Geschichte. Ich habe das ja nicht verdient, jeden Monat 10.000, 20.000, 50.000 Euro in mein Leben zu lassen. Oder kommen auch noch auf die Idee zu denken, eigentlich brauche ich das ja gar nicht. Wer braucht denn so viel Geld jeden Monat? Ja, jetzt mal an dem Geldthema als Beispiel. So, und damit geben wir die Bestellung, revidieren wir die Bestellung nochmal. Das ist so, damit wir den Kopf jetzt mal mit dabei haben, wie wenn du irgendwo im Internet etwas bestellst, irgendwelche Produkte, und du gehst anschließend nochmal auf die Seite und stornierst das nochmal, holst es nochmal aus dem Warenkorb raus oder schreibst denjenigen an, wo du es bestellt hast und sagst, ich will meine Sachen doch nicht haben. Naja, dann wird es auch nicht geliefert. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Dinge, die du beim Universum bestellst, die du gerne manifestieren möchtest, das müssen wirklich präzise Dinge sein. Nicht einfach nur wie in einem Begleitungsgeschäft den Rock bestellen oder die Hose, sondern ganz präzise bestellen, was du gerne hättest. Dir dessen auch bewusst sein, dass du das auch verdient hast, dass das auch geliefert wird. Also Stichwort mangelndes Selbstwertgefühl entsprechend anpassen, dass du es auch wirklich erlaubst, das, was du haben möchtest, zu empfangen. Und dann aufhören, daran zu zweifeln, dass das Universum dir das auch liefert, wenn es nach zwei Tagen noch nicht da ist. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du irgendwas im Internet bestellst, dann bist du ja auch schon voller Vorfreude. Du weißt, das wird in den nächsten Tagen oder Wochen geliefert. Du freust dich riesig darauf, wie auf Weihnachten, wenn du weißt, da kriegst du ganz besondere Geschenke. Das kennen wir ja alle noch nur zu gut aus der Kindheit, wo wir uns riesig auf Weihnachten gefreut haben. Und so ist das ja auch. Du darfst jetzt schon in diese kindliche Vorfreude gehen, wie es ist, wenn. Und auch in die Richtung immer wieder eintauchen, sodass Zweifel keine Chance haben und du damit deine Bestellung nicht wieder revidierst. Weil das Universum, das sagt immer Ja zu dem, was du bestellst. Und wenn du was bestellst, sagt es Ja. Kommt in Aktion und auch bevor es liefern kann, revidierst du dann wieder. Das machst du natürlich nicht absichtlich. Das machst du unbewusst. Und das Gleiche, ich bringe da noch ein anderes Beispiel. Wenn du im Außen etwas anders haben möchtest, egal jetzt was, und du guckst in den Spiegel, wo fängst du da an, etwas zu verändern, denn deine Haare dir nicht gefallen. Naja, du holst eine Bürste oder einen Kamm und kämpfst deine Haare oder gehst zum Friseur. Du riechst ja nicht am Spiegel, dass sich da was verändert. Ich denke, das ist noch ein guter Augenöffner für dich, worum es wirklich geht. Du darfst tief in dir im Inneren schon beginnen zu fühlen, in dieser Vorfreude, wie es ist, wenn die Lieferung da ist. Und das Universum, das Leben ist immer wohlwollend an deiner Seite und wird es dir unweigerlich auch liefern. Das sind auch so die Dinge, die wir in The Big Essence to start your free life machen. Das ist eine Masterclass, wo wir wirklich eintauchen in die Energie des Lebens, von dem du auf dich abbestimmt insgeheim träumst. Wir tauchen da wirklich gemeinsam in dieser Masterclass mal ein oder du kriegst eine Anleitung von uns, in deine wahre Größe zu kommen, mit deiner Seelenessenz mal Kontakt aufzunehmen, sodass du wirklich auch spürst und verstehst, wie du diese Energie auch dauerhaft in deinem Leben manifestieren und auch erfahrbar machen kannst. Und es geht da wirklich darum, mal in deine Freiheit und in deine Selbstbestimmung zu kommen. Es geht darum, mal diese tiefe Liebe zu dir selbst wieder zu aktivieren und deine Lebensfreude wieder zu aktivieren, da auch wieder reinzukommen. Mit anderen Worten, es geht darum, in diesem einen Satz jetzt zu formulieren, dein Higher Self wirklich zu verkörpern. Du findest in der Nähe von dem Video den Link, klick drauf, melde dich zur Masterclass an. Auch wenn du live nicht dabei sein kannst, du bekommst eine Aufzeichnung. Und eins versprechen wir dir, du wirst ganz, ganz wertvolle, essentielle Anleitungen haben, um dann in dein freies Leben weiter durchzustarten. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Tag, viel Freude beim Manifestieren, viel Freude bei den Bestellungen beim Universum, mit allem überhaupt Freude, Spaß und Leichtigkeit. Darum geht es doch in diesem Leben. Bis dahin, ciao, ciao. Wir freuen uns auf dich.